Ich hab ihn gleich. Mann, schon wieder verloren an dem Scheißhammer. Du bist ja auch ein Loser. Hahaha, witzig. Wer ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich mal rauf. Vielleicht Sibylle. Hi, wie geht's euch zwei? Malze, klaust, dich hab ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das letzte Mal hat er mich verarscht. Ach komm, nimmst du mir das immer noch übel? Ich nehm dir sehr viel übel. Zum Beispiel hat Micha ein Gaming-PC bekommen. Ich aber nicht. Ach du, du kannst dir deinen eigenen kaufen. Sehe ich aus, als wäre ich Geldscheißer oder was? Stimmt auch wieder. Sogar ich hab mehr Skins als er. Ja, weil du uns das Geld aus der Tasche ziehst. Naja, wie viel denn haben wir heute? Den 11. Dezember. Vater, dann ist es ja Zeit für das 11. Türchen. Ja, hast recht, ich hol's dir kurz. Was für ein Türchen? Von meinem Adventskalender. Jeden Tag gibt's was zu gewinnen. Ach, und du sagst, du hast kein Geld. Das ist ja auch nicht mein Geld. Hier, Michael, elftes Türchen. Epic Games hat uns das Geld zur Verfügung gestellt. Ach so cool, dann müssen wir uns doch bei Epic Games bedanken, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Danke, Epic Games. Jetzt mach ich's elfte Türchen auf. Was da wohl drin sein wird? Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Wow! Die Tomate! Und 5000 Vipaks! Alter Scheiß! Und wie kann man das jetzt gewinnen? Na, in diesem Video ist diesmal kein Fehler versteckt, sondern Buchstaben. Findet das Wort heraus, schreibt's in die Kommentare und vielleicht seid ihr morgen der Gewinner. Also findet diesmal das Wort. Viel Glück. Naja, jedem viel Glück. Viel Glück bis morgen und tüddelü!